moin leute und willkommen zurück zu starter auf die kacke 2 mit der schnorra lp ich glaube der ist afk scheiße der ist einfach afk du hast schon mission ausgewählt und vergesst nicht schnorra's kanal zu abonnieren ich muss erst mal wieder hinkommen 4m ok ja das meinte ich ja wie geht das wo hier da kommen zombies links straße können sie haben proben wenn wir die nicht killen will die doch sind denn unsere mit jetzt gehen die alle zum gleich nichts mehr zum schießen können wir wieder aufhören mitspielen ich treffe ein letzter schuss jetzt kommen sie das hast du gut gemacht unsere leute notiz für mich in einer apokalypse nie mit dir zusammenleben ich will nicht mit der alten sprechen ja den will ich ja nehmen aber da steht jetzt die blöde amy daneben hast du jetzt mal nachprobend eine sendung nö da ist er ein hier sind noch mehr feels die leuchten jetzt so also ein pfeil fehlt mir auf jeden fall den habe ich und wie verkackt so was sind jetzt unsere aufgabe zum kopfgeldjäger das ist ein kopfgeldjäger achtung kommen gegner easy peasy einfach in sicht kopfgeldjäger heißt wir sind etwas spezielles typen wahrscheinlich gestorben sind wir noch nicht noch nicht wir sind noch nicht gestorben wir da jetzt einfach so hin über den berg hier probieren ich würde gerade sagen wie weit ist das weg gibt dich zum bauern tiefer mit mhm bauern tiefer lecker auch flirrtest du wieder das ist so schlimm weil du da so ein krach gemacht hast mit deiner scheiß taschenlampe warum ist denn das zielzweckachter da kommt gleichen zombie links vor dir einfach getan vorbeilaufen ich bin wie ein grashalm seit wann rennst du denn die ganze zeit demütlich die landschaft gewonnen hat die landschaft das ist dunkel hier ist gefahr ob acht ja rechts laufen auch wieder zwei drei ach da sieht aus wie fkk bei den und da ist nochmal einer mal da jetzt einfach so quer hin krass gut da bewegt sich eine horde in richtung alleinstehendes haus ist das eins was wir einen genommen haben oder vielleicht ist es auch passiert kann man das auch verlieren oder ich weiß es nicht wieso weißt du sowas also die außenposten waren in teil 1 nicht kann man nicht verlieren gehen halt nur kaputt dann abgewertet ich glaube das ist ja kein alleinstehendes haus doch wolzen habe ich ja jo 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 hallo hallo ich habe viele bauten bereit bitte schau aber das ist nicht nur töten und so ein scheiß es ist ja richtig komplizierter scheiß hier du kannst dir paar sachen aussuchen aus den paketen und dann hast du da die was du killen sollst ich habe das schrot finde ich könnte 20 30 zombies damit töten achso ich dachte das ist die belohnung ach hier das ist für dich gut tötet 35 zombies lautlos während du gedruckt bist ich bin noch nicht gedruckt ich bin noch nicht gedruckt in der mitte na beim ersten du hast ja oben hast du ja die ja beim ersten in der mitte mit der sniper oder was ja dann bekommt man so ein unterstützungsmod oder also man kann mehrere annehmen oder ja ich würde 65 ja das können wir umnehmen kriege ich jetzt die waffe oder ne nein zack ich habe ja kindersnapper und wie schließe ich das jetzt ab aktivieren oder was ne ne und jetzt noch die sind aktiviert so ok so ich will auch noch ach du kannst auch noch gesondert ok ja ich habe jetzt auch 3 aus aber das merke ich mir doch nicht was ich da machen soll ich dachte die wären alle alle extra dann haue ich eins wieder raus hier ähm ja die sind alle extra ja ne ich dachte für uns beide ziehen die dann ne also ich habe jetzt 35 zombies während du geduckt warst 65 zombies mit klingen töten und 3 solchen herzen so ok die frage ist ob die nebenbei laufen während man was anderes macht weil das ich hoffe denke mal ok dann wollen wir uns nochmal einen solchen herzen probieren unten das setzmarker ja ich habe aber nichts groß zum schießen ne die frage ist ach da unten auch noch ey 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 der standardsatz die frage ist genau genau und hast jetzt einen habe ich bekommen sehr schön auf 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 hier ich denke es sind nochmal zwei drei zombies oder so Oh, das sind mehrere. Vorbeigesneakt, Junge. Bist du duckend, oder? Nein, ich bin gelaufen, also gegangen. Ja, ich gehe auch gerade. Wo ja so ein paar Proben, nein, die kommen ja dann eh gleich. So ein paar Proben wären ja jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Oh, ich kann ja eh nichts herstellen. Hier bin ich. Hierher. Ja, ich seh dich doch. Hierher bin ich. Hier. Da legst du mir vor allem. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, ich bin doch gegen dich gegengelaufen. Pfeile brauche ich mal wieder. Hm, das sieht aber schlecht zu verteidigen aus hier. Kann man irgendwo hochkrabbeln? Hochkrabbeln? Wir haben doch sonst auch nie verteidigt. Ja, da warten wir. Oh, Mist. Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Leck mich doch. Da sind bestimmt noch mehr unten, oder? Nicht gelb? Nee, du bist gelb. Hier an der Seite ist auf jeden Fall das Herz. Oh, hier oben ist ein Wasserturm. Da kann man ruckkledern. Oh, das bringt uns von nichts. Na doch, wenn die ganzen kommen, dann muss ich nicht, äh, dann kann ich nicht von denen winkt werden. Da muss man vielleicht was sagen. Nö. Was? Wieso? Das sind offene Pfeile. Aua. Ja, siehste. Habt ich mich erschrocken. Na, wieso? Du bist doch vor mir raus. Warum gehst du kindern? Hallo, der kam von links an, äh, rechts an die Rand. Ja. Was soll ich da quälen? Ja. Aber, na, warum geht der dann wieder auf mich? Kommt wieder einer rin, ne? Ja. Achso, also, hier Nahkampf, die umklatschen, das zählt nicht. Wenn wir mit diesen Zombies mit Klinge töten. Ich hab ja auch keine Klinge. Ich hab hier auch nur zwei Container. Noch einer. Wie war das mit? Ich hab auch keine Klinge dabei, oder sind wir auch noch? Schade. Wo bist du jetzt? Auf dem Leuchtturm, oder? Auf dem Leuchtturm. Auf dem Leuchtturm. Auf dem Leuchtturm. Auf dem Leuchtturm, mitten auf dem Land. Auf dem Leuchtturm. Klopsa! Hä? Der ist tot. Wo habe ich denn jetzt so ein Scheiß-Dings in der Hand? Wo habe ich jetzt so ein Scheiß-Schraubenzieher in der Hand? Das weiss ich doch nicht. Achso, weil der in der Nahkampf einfach kaputt ist. Glaube ich, oder? Ich war kurz im Inventar und habe einmal ein Stimmelties kaputt. Ich bin ermüdet. Nur der Horst kann hier. So, ich hau mal wieder drauf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist verletziert. Ich muss immer auf ihn. Der ist ja? Auf den Boden liegt. Auf den Boden liegt. Auf den Boden liegt. Ja. Da ist ja noch der aufgestanden. Das ist ja lustig. So ein paar müssen wir glaube ich noch. Ich werde jetzt übrigens auch gleich sterben. Wegen der Seuche. Sehr schön. Das hat sogar gezählt. Ja bei mir auch. Guck an. Guck mal rein da. Also bei mir leuchten hier noch so 80 Millionen gelbe Dinger zum Looten. Ich habe nicht so viel öffnet bisher. Warum nicht? Ne warum? So das nehme ich mit. Beschäftigt. Das heißt ich besorge dir ja mal alles. Oh. Achso. Ne. Obwohl. War noch beschäftigt. Den Rest kannst du haben. Da ist kein Rest. Das Ding ist kaputt gegangen wenn du das siehst. Brauchst du noch solchen Herzen jetzt? Du meinst du solchen Proben oder was? Oh. Ich gebe dir meinen Rucksack. Na manche. Na sechs Stück habe ich aber. Ich brauche halt eher die Medizin. Müde ist er auch noch. Medizin? Ja die direkte Umgewandelte. Könnte ich dir. Achso. Ampulle dann. So ein Stück da. Also ich bin auch schon bei drei Viertel. Ich auch. Was mit der Seuche? Hm. Ich bin ja eh freundlich. Ich brauche gar nicht weiter looten. So. Folgenpause oder was? Achso. Ja. Können wir machen. Hier ist noch ein solcher Herz. Äh. Solcher Probe. Und. Ja. Spitzel bedanke dich. Spitzel bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Sch